Ich habe diese Dinger, Wattestäbchen, und ich wundere mich schon seit geraumer Zeit, wofür sie gut sind. Denn hinten drauf steht ausdrücklich, dass man sie nicht in die Ohren stecken darf. Also habe ich sie jahrelang als Katzenspielzeug genutzt. Bis ich mir eines Abends dachte, sie wären die perfekten Pinsel für ein postimpressionistisches Meisterwerk. Untertitelung des ZDF, 2020